Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu meinem neuen Game of Thrones Recap zur sechsten Season der Episode The Door. Natürlich Spoiler-Warnung für alle, die die Folge noch nicht gesehen haben. Wenn ihr die Folge gesehen habt, kommt zu diesem Video zurück, schaut es euch dann an und catcht wirklich ab mit Game of Thrones. Es ist echt cooler Scheiß, was aktuell abgeht und wir kommen auch direkt zur Folge. Mein Gott, also es passiert einfach so viel. Es ist unfassbar, also letzten Seasons, die ersten Seasons supergeil. Ich meine, einer meiner Lieblingscharaktere, ich bin einfach Stark-Fan. Ich fand Sean Bean als Ed Stark echt, oder Ned Stark echt cool. Einfach, ich fand es geil und schade, dass es in der ersten Season direkt dann auch vorbei war. Ich hoffe, dass wir da vielleicht nochmal einmal so durch die Faceless Man oder durch ein Flashback oder so ihn nochmal sehen. Das wäre schon cool. Aber gut, wir werden sehen, ob da nochmal was kommt. In Zukunft nicht mal unbedingt diese Season, sondern vielleicht der nächste Season. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Es ist viel passiert. Hold the door, sage ich da nur. Aber wir fangen erstmal bei der Wall an. Ich mache das wieder so ein bisschen ortsgebunden. Also wenn an einem Ort eine Szene am Anfang der Folge war und dann am Ende fasse ich das lieber zusammen, weil ja, dass dann die Storyline halt besser zusammenfasst. Also wir haben einmal direkt Sansa an der Wall. Die bekommt einen Brief von Littlefinger. Und dann treffen sie sich in Moles Town. Ist ja egal. In irgendeinem Schuppen da, abseits der Wall. Weil Brienne und Sansa und Littlefinger. Und ja, Sansa wirkt echt badass und sauer. Logischerweise, weil Littlefinger sie ja an die Botens abgegeben hat. Und sie fragt ihn, did you know about Ramsay und so, ob er Bescheid wusste, was für ein kranker Motherfucker Ramsay ist. Und dass sie im Endeffekt, er hat sie zwar aus den Händen von Joffrey etc. befreit, hat sie dann aber auch direkt wieder in die Hände der nächsten Monster, wie sie sagt, G-Monster, Monster. Genau. Ja, eigentlich möchte sie nur, dass er wegbleibt und so. Und soweit ich das denke, glaube ich irgendwie schon. Auch wenn Diddlefinger immer ziemlich unberechenbar ist. Aber ich glaube irgendwie schon, dass er sie doch ehrlich supporten möchte. Und wir werden sehen, was da noch kommt, weil er hat halt die Ritter der Vale. Und das ist jetzt nicht wenig Support, den Sansa da haben könnte. Aber aktuell hat sie ihn noch abgelehnt, mal sehen. Aber er hat ja auch davon erzählt, dass die Tullys Riverrun zurückerobert haben. Wir erinnern uns an Season 3, Red Wedding und so. Genau. Das ist alles in den Riverlands geschehen. Und deswegen werden wir da vielleicht auch noch einen Pay-Off bekommen. Und ich habe es ja auch schon im letzten Recap gesagt. Irgendwas mit den Phrase war da doch. Ich dachte schon zwischendurch, ich hätte mich geirrt. Aber nein. Und ja, ansonsten eine super Sache. Also das war halt schon ein netter Moment. Und er hat wieder gesagt, oh bla, ich würde jetzt für dich sterben. Oh bla, bla, bla. Im Endeffekt, das mit Riverrun hat sie so mitgenommen als Info. Schön Intel ein bisschen holen, aber aktuell noch keinen Support von Littlefinger. Dann später kommen wir nochmal zur Brawl zurück. Da haben wir dann Jon und Sansa und generell alle sitzen wieder rum und hacken einen Schlagplan aus. Überlegen, was sie denn so tun. Und welche Häuser sie denn überhaupt zu sich holen könnten. Welche Häuser denn überhaupt noch den Starks gegenüber loyal wären. Und da kommt auch nochmal das Problem auf, oder wird nochmal angesprochen zumindest, dass Jon halt Jon Snow heißt und nicht Jon Stark. Aber Sansa ja schließlich Stark heißt. Und dann im Endeffekt der Schluss ist, dass sie viele kleinere Häuser zusammensammeln und dann auch am Ende aufbrechen alle, sich aufteilen. Und dann geht es los, was ziemlich cool ist. Und ja, Brienne wird von Sansa nach Riverrun geschickt. Ich weiß gar nicht, wo genau jetzt Jon und Sansa hingehen. Und ja, dann, wir wissen ja, dass Davos zu House of Mormon noch gehen wird, glaube ich, aus Trailern und so. Also sehen wir den dann da auch noch. Und das hat so, keine Ahnung, sie gehen dann von der Wall weg. Und dann sitzt er plötzlich weg und dann fragt irgend so ein Night's Watch Typ halt Ed. Und so, Lord Commander, should we close the door? Oder gate? Oder was auch immer. Und dann so, I'm not the Lord Commander. Oh, fuck it. Und dann guckt er sich so um kein anderer da. Okay, I do the job. Fertig. Und dann, close the bloody gate. Aber ich finde das einfach so cool. Naja, mit den Akzenten und so. Naja, egal. Ja, und dann brechen die halt alle auf. Noch ein kleines Gimmick. Sansa hat wieder ihr, hey, ich mache Dresses und bin so voll fancy Model-mäßig unterwegs. Warum auch immer. Egal. Hat sich natürlich selber so ein Ding gemacht, aber mit dem Starkwolf. Das ist einfach cool. Aber hat Jon auch noch irgendwie sowas gemacht, was halt so aussieht wie von Ned. Und ich finde es cool. Also so Jon halt mal nicht in Night's Watch Cloak da rumlaufen zu sehen, sondern halt jetzt in Stark-Klamotten und Stark-Leder und was auch immer. Gedöns. Ist schon cool. Naja, anyway. Das war so das, was an der Wall passiert. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt, aber auf jeden Fall ziemlich cool prinzipiell. Genau. Dann haben wir Arya im Braavos. Die trainiert noch ein bisschen weiter. Da gibt es dann noch so eine wieder mal sehr coole Kampfsequenz. Erst mit Stöcken und dann auch irgendwann Brachian mit den Fäusten. Aber sie kriegt im Endeffekt wieder aufs Maul. Und ja, dann erzählt Jacken, der letztens übrigens bei, also der Schauspieler natürlich, der letztens bei den Rocket Beans war. Gibt es auch ein Interview. Ich versuche das mal in der Beschreibung zu verlinken. Also wer es nicht wusste, ist ein deutscher Schauspieler. Genau. Und ist ziemlich cool. Also das Interview war interessant auf jeden Fall. Die haben ja auch letztens die letzte Folge, die vierte Folge auf Rocket Beans, konnte man die gucken kostenlos. Und ja, anyway. Ja, da wird noch so die Origin der Faceless Man quasi genannt. Dass das halt Sklaven waren und dass die dann irgendwann geflohen sind, dann einen Ort gesucht haben, dann nach Braavos kamen, was damals noch so ein bisschen geheim war. Also nicht jetzt die, hey, the free city of Braavos, wir sind super cool und super cool, weil die sich erstmal etablieren wollten und erstmal eine Position in der Welt sichern wollten, bevor die so gesagt haben, hey, wir sind Braavos und ihr könnt uns eh nichts. Wir sind unabhängig. Ha! Und ja, dann haben die halt das Haus auf Black and White da gebaut. Und ja, die Hall of Faces, wo wir auch nochmal sind, was immer noch cool aussieht. Und ja, dann kriegt Arya aber eine Aufgabe, sie soll eine Schauspielerin töten, nämlich... Ja, und dann kriegen wir nochmal so ein Theaterstück, so eine Szene, die ziemlich cool war eigentlich. Ich mag solche Szenen, wo wir Roberts Tod sehen aus Season 1 und generell so eine Zusammenfassung von Season 1 bis 2, 3 ungefähr, was so in King's Landing halt abgeht, sehen. Wir sehen nochmal, oder Arya muss nochmal mit ansehen, natürlich nur schlecht geschauspielert, wie das Bild von Ned ist, so dass er Verräter ist und so, was er eigentlich, ne? Wir wissen alles nicht so stimmt und wie er geköpft wird und wie Sansa da, ja, quasi rumgereicht wird schon fast. Das wird dann nochmal so oft klar gemacht irgendwie. Ich meine, erst sollte sie Joffrey heiraten, dann hat sie Tyrion geheiratet, dann ist hier geflohen, dann zu Ramsay und so. Es ist schon verrückt gewesen. Ja, auf jeden Fall muss sie das nochmal mit ansehen, dann geht sie Backstage und der Shot, das Shot, der, äh, das Shot, der Shot war irgendwie verwirrend, weil, keine Ahnung, dann kommt so Schnitt und dann sieht man erstmal, äh, also, ja, naja, die Genitalien eines Schauspielers, der irgendwie meint, hey, bla 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 und das ist halt irgendwie weird gewesen. Aber gut, ähm, ja, sie hinterfragt dann auch noch ein bisschen ihre Aufgabe, ähm, als sie wieder im House of Black and White dann danach ist, äh, ob sie das machen soll und bla und überhaupt und wer denn den Auftrag gegeben hat, sie zu töten, ähm, das ist ja wohl vermutlich die Sansa-Schauspielerin war, die halt gerne eigentlich Cersei spielen würde und so weiter und so fort. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie das noch so ausgeht. Wir kriegen ja auch noch diese Ninja-Szene und so, das wird, glaube ich, auch noch ziemlich krass. Und ich bin ja auch mal gespannt, ob und wann, ich glaube, dieses Season vielleicht am Ende, äh, Arya auch mal nach Westeros wiederkommt. So, ich meine, ja, und ob sie Cersei generell von der Liste wirklich auch mal streichen kann, ob es jetzt quasi schon so ein Teaser dafür ist und so weiter. Ja, genau, und Bran, überspringe ich jetzt mal, weil das möchte ich gerne am Ende machen, weil das halt einfach, wie gesagt, diese Folge natürlich das Krasse war. Äh, wir gehen zu den Iron Islands und nach Pyke. Dort haben wir jetzt endlich King's Mood, ähm, also quasi die Election, die Wahl des Königs. Und dann wird da gefragt, who claims the Iron, äh, nee, nicht the Iron, aber warum? Ähm, the sword throne heißt das, glaube ich, den Salz, ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Jarrah, also Theons Schwester, claimt natürlich Königin werden zu wollen. Und, ja, dann wird Theon quasi auch noch dazu gedrängt, sich dazu zu äußern und muss vor Leuten sprechen. Und das hat er mit Bravour gemeistert. Das war, glaube ich, hart für ihn, das hat mich dann eben angesehen, aber er hat's geschafft, äh, hat seine Schwester in dem Sinne auch supported. Und dann kommt aber noch Euron Greyjoy, der, ne, den Vater von Theon und so getötet hat, den König, den ehemaligen König, da von der Brücke geschmissen hat. Kommt dann an, claims den, claimt den Throne und ich weiß gar, wusste ja schon so ein bisschen, was King's Mood ist und so, aber das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, als jemand, der die Bücher noch nicht ganz so weit gelesen hat, ähm, dass Eurons Plan, also Euron wird dann auch König und Theon und Jarrah müssen fliehen, klauen aber noch einige Schiffe und so, was halt cool ist. Und Euron will dann, ah, build me a thousand ships and I will take you to the world, bla bla bla. Und die werden da jetzt anfangen, eine krasse Schiffflotte zu züchten in den Iron Islands. Bin mal gespannt, was Theon und Jarrah jetzt machen, ob die es irgendwie schaffen, ihn dann zu töten oder aufzuhalten, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, Eurons Plan ist ja wohl irgendwie dann mit den Schiffen, wenn er die dann hat, äh, ja, gehen Osten zu segeln, zu Daenerys, äh, und Daenerys irgendwie einen Pakt mit ihr zu schließen und dann ihr Westeros einzunehmen. Äh, da stand ich dann erstmal so da und dachte mir so, okay, äh, krass, er will sie wohl auch noch heiraten oder so vielleicht, damit das halt so, ich glaube nicht, dass Daenerys das machen würde. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass Daenerys sich so einfach von ihm, weil ich meine, Iron Bonds, vor allem Euron, wie wir ihn bisher schon gesehen haben, ist einer so, hey, ich bin so strong und so cool und bla, und sein erster Akt, als nachdem er dann König geworden ist, und er aus dem Salz wiedergeboren wurde, war noch immer erstmal, hm, wo sind meine Neffe und meine, äh, Nichte? Ah, let's kill them, ah, und so, so, und, ähm, ja, doch, ich, also Iron Bonds sind halt so, so hart und ungestüm und, keine Ahnung, lassen sich nichts sagen und so weiter und so fort, ähm, haben auch eine Krone, so eine Krone aus Holz, so aus Treibholz oder so, ist auch ganz nett was. Naja, auf jeden Fall, ähm, glaube ich nicht, dass Daenerys sich selbst von denen sowas sagen sollte, also, ich fände es interessant zu sehen, wenn die beiden sich jemals kennenlernen würden, wie die sich, also ich meine, weil die halt einfach beides Dickköpfe sind, im Endeffekt, aber Daenerys ist der sympathischere Dickkopf, wobei ich halt Euron bisher auch echt cool finde, aber halt auf die unsympathische Art, ähm, was für ein Satz, auf die, naja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, das ist so, wie man auch in Glorious Bastards zum Beispiel Hans Lander cool findet, ja, man mag ihn nicht, weil er so ein nice guy ist, sondern halt, weil er, halt, ne, badass ist, einfach, und, äh, ja, also ich fände es interessant, so, weil ich glaube nicht, dass Daenerys sich da unterordnen würde, aber ich glaube, es wird auch, also ich glaube, wenn, dann würde sich eher Euron irgendwie unterordnen, weil sie hat halt Drachen und ist krass und hat ne Dothraki-Army und shit, aber, ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob und wie es passieren würde. So, dann zu Daenerys, ähm, die steht da oben mit Jorah und Daryon Harris, boah, ich vergesse den Namen fast immer wieder, ich weiß auch nicht warum, auf jeden Fall, die stehen da oben rum, chillen da so und dann gucken die so runter, weil die Dothraki und dann so, ja, ich fand es auch krass, ich hätte nicht gedacht, aber zum Glück ist es so, weil das ist halt einfach mal so, hat sich, keine Ahnung, hat sich irgendwie echter angefühlt, weil man erwartet, dass in vielen Serien dann so, oh, ich halte meinen Grayscale geheim und so, nein, Jorah sagt, okay, hier, weil Daenerys meint so, ja, du hast mich gerettet, ich hab dich eigentlich verbannt und ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll und die übliche Daenerys-Jorah-Dynamik, die wir so in den letzten Season auch schon hatten. Ähm, wird dann aber ein bisschen anders, weil er sagt, hey, ich hab Grayscale und, äh, das ist nicht cool und, äh, möchte eigentlich schon gehen, sagte er aber noch, endlich, Tyrion hatte recht, endlich sagt er es auch mal, Tyrion hatte recht, ja, I love you, bla bla und so weiter, ne? Ja, und Daenerys scheint davon doch ziemlich ergriffen zu sein, weil, ja, okay, kann man so hinnehmen. Ähm, aber sagt es dann so, ich möchte dich gerne an meiner Seite haben, wenn ich Westeros dann endlich mal einnehme, hoffentlich, auch irgendwann mal, ja, Ende dieser Season vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ob sie gegen Westeros segelt, weil, ich meine, sie marschiert jetzt schon, also mal ganz abseits von der Drossel, und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, sie marschiert jetzt schon mit den Dothraki Richtung Marine zurück. Und ich denke, dass Slaver's Bay, was wir auch in Marine, was gleich da noch kommt, relativ stabil zu sein scheint, aktuell zumindest, ja, wie lange sich das hält, weiß man immer noch nicht, ähm, dass, äh, ja, dass in Slaver's Bay jetzt hoffentlich bald mal gesolved wird und dass sie dann nach Westeros gehen kann. Ähm, mit Dothraki und Anzali und überhaupt und generell, ja, und natürlich muss Daenerys auch noch, äh, deswegen ist Marine gleich noch interessant, mal von dem Shit wissen, der da wirklich abgeht, weil, ich meine, sie kann jetzt nicht einfach hier gegen Westeros einnehmen und dann so, oh, fuck, es gibt ja auch noch die White Walker, haha, haha, scheiße, wäre ziemlich ungünstig, deswegen, ähm, ja, bin ich gespannt, äh, aber zurück zu Jorah und Daenerys, also er gesteht ihr seine Liebe und, ähm, sie ist davon ergriffen, meint, er solle, er solle jetzt gehen und, äh, damit er an ihrer Seite sein kann, wenn sie nach Westeros geht, ähm, ein Heilmittel finden gegen Grayscale. Und, äh, man sieht ihn auch wegreiten, ich bin mal gespannt, wie weit das wirklich geht, also ob er sich, ob er es wirklich schafft, geheilt zu werden, ich glaube eigentlich nicht dran, weil, ja, also, ähm, Stannis Tochter, ähm, ist ja geheilt worden von Grayscale, aber der hat auch direkt gehandelt, hat echt viel Geld, hat alle Heiler aus Westeros und drüber hinaus einrufen und dann hat es irgendwie geklappt, ähm, ja, ob Jorah das jetzt schafft, ohne finanzielle Mittel, nur mit einem Pferd, ähm, irgendwo in der Wüste, ist die Frage. Vielleicht hat er Glück, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann ist er noch da, vielleicht schafft er es auch und sagt dann irgendwann, ach, fuck it, ich, äh, nehme einfach die letzten Tage, die ich jetzt noch habe und supporte Daenerys Zone, gehe zurück, ähm, wir werden sehen, was da jetzt noch passiert, jetzt, ich finde es nett, also ich, ich mag Jorah ja irgendwie, keine Ahnung, ich mochte ihn auch früher schon so, ähm, wobei das halt immer so ein bisschen weird war, diese, also, manchmal war es, manchmal war es einfach schön, muss man einfach sagen, manchmal war es dann wieder weird und, äh, so die Dynamik zwischen, äh, Jorah und Daenerys, aber gut, wir werden sehen. Ja, also diese, das Rage, das fand ich auch krass, die folgen jetzt einfach, weil sie halt, ne, die unburnt jetzt ist und damit mal gezeigt hat, okay, hm, ne, von wegen, äh, they think you're some kind of god, was sie auch zu Jon Snow, also was Tormund zu Jon Snow gesagt hat, das denken die, das Rage hier wahrscheinlich jetzt über Daenerys, aber, äh, ja, genau, und dann sind wir noch im Marine, oh Gott, ich dachte eigentlich, kommen wir heute mal kürzer rum, äh, egal, wir sind noch im Marine, äh, ja, dort holen sie sich dann Hilfe, äh, von der, der, ja, der oberroten Priesterin aus, äh, Valantis, oder Volantis, wie auch immer, I don't know, und, äh, ja, die ist der Überzeugung, dass Daenerys und nicht Jon Snow, äh, The One ist, nicht der Prinz, sondern The One, weil es ist wohl in alten, valyrisch, Valyrian, ist es wohl geschlechtsneutral, diese Prophezeiung, weswegen, da ist es halt immer so, manche sagen Daenerys ist es, manche sagen Jon ist es, ich büsste mir nicht, wenn es cooler, wenn es Jon ist, aber ich fände Daenerys auch cool, beziehungsweise, wenn Jon Targaryen ist, vielleicht sind sie ja auch irgendwie beide, so, als quasi Verwandte dann die, die alles zusammen, ach, I don't know, wir werden sehen, ähm, ja, dass Daenerys die ist, die, ja, quasi versprochen wurde, die Retterin, bla bla, und, äh, dann kommt noch so ein echt, gerade, also so wie so eine typische Red Priest Szene, weil Varys, äh, challenged dann quasi die Priesterin, meint so, kann ich überhaupt vertrauen, und guck doch mal an, wohin Melisandre Stannis geführt hat, und so, das kann doch nicht gut gehen, und, bah, und ich will nicht, dass das mit Daenerys passiert, und, ja, wir haben ja schon mal so ein bisschen was über Varys Vergangenheit gehört, dass er, äh, ja, von irgendeinem Hexer oder so damals gewisse Körperteile abgeschnitten bekommen hat, und die wurden dann ins Feuer geworfen, und dass da eine Stimme zu ihm gesprochen hat, dass er dann im Endeffekt, was ihm im Endeffekt zu Daenerys geführt hat, und die meint so, hey, überleg doch mal, das war doch bestimmt der, der, ähm, äh, hier, der Red God, ne, wie wär's, macht doch Sinn, oder, und es ist halt einfach nur wieder so ein totaler Mystery-Moment, und mir ist auch aufgefallen, also, ich meine, vielleicht ist es Zufall, aber sie trägt auch diese, diese Halskette, ist sie auch alt, so wie, äh, Melisandre? Wir werden sehen, naja, egal, das ist das, was da passiert, und jetzt kommen wir zu Bran, und das war diese Folge einfach der krasse Shit, ähm, wir sind erstmal, ja, sehen wir einen sehr wichtigen Moment, sag ich mal, wir sehen die Origin-Story der White Walker, ähm, den Weirwood, den, oder den Weirwood, wo wir eigentlich uns die ganze Zeit befinden, glaub ich auch, ähm, ja, wo da noch kein Schnee liegt, oder zumindest ein Weirwood, sagen wir mal so, ähm, und grünes Gras und so drumherum, und wir sind quasi, jetzt wird's ein bisschen, bisschen komplizierter, ähm, ich muss gucken, ob ich das jetzt alles richtig hinbekomme, also, Westeros hat viele Kriege gehabt, und wir haben einmal den Krieg der First Men, also ihr erinnert, oder man, 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 man denkt vielleicht dran, wenn jetzt zum Beispiel Daenerys, oder generell auch Tommen, oder damals Drophy, hat's ja auch sehr gerne gemacht, ähm, die seinen Titel runterbietet, King of the Andals and the First Men, so, also wir haben einmal die First Men, die, äh, also ganz am Anfang haben wir keine Menschen, so, fangen wir mal vorhin an, ganz am Anfang haben wir keine Menschen in Westeros, und wir haben die Children of the Forest, die quasi in ganz Westeros, und nicht nur irgendwo im Norden, so zu fünft, sondern halt mit ganz vielen, ganz Westeros leben, wir haben überall Weirwoods und Shit, ganz viel, dann kommen die First Men, glaube ich, und dann battlen die sich mit denen, und dann kommen noch die Andals, die an Andal Invasion gab's da irgendwie, und die, ne, kommen halt auch noch nach Westeros, dann gibt's wieder Krieg, und dann irgendwann haben wir noch Aegon the Conqueror, der dann quasi die ganzen Sachen da eingenommen hat, und alles so zu den Seven Kingdoms gemacht hat. So ungefähr ist die grobe Zusammenfassung, äh, Game of Thrones-Lore-Menschen, tötet mich nicht, bitte. Ähm, genau. Und wir sehen dann, ähm, quasi in der Situation, wo die Children of the Forest gerade gegen die First Men im Krieg sich befinden, ähm, sehen wir die Erschaffung der White Walker, so. Weil die First Men haben quasi als Waffe die White Walker erschaffen, und die Long Night, von der oftmals ja schon die Rede war, waren im Endeffekt nur Casualties. Und das ist dann halt so, wow, okay. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass wir das überhaupt noch jetzt sehen, vielleicht irgendwann später, aber das jetzt kommt, ist cool. Wir wissen, woher die White Walker kommen. Ähm, wir wissen auch, dass die Kräfte, die Bran ja als Green Seer hat, ja irgendwie auch mit den Kräften der Children of the Forest zusammenhängen. Genau, so. Das ist das erste Flashback, was wir bekommen. Dann ist es irgendwann Nacht, alle schlafen, bla bla. Bran geht alleine in einem Flashback, sieht die, eine Army von Whites um denselben Weirwood, wo die White Walker erschaffen wurden, herum, geht so durch, denkt sich, ach, ich bin ja nur im Flashback, mir kann ja nichts passieren. Und so, und dann sieht er die White Walker, also Whites sind ja quasi nur die normalen Skelette, Zombies, whatever, die White Walker. Und, ähm, ja, dann packt ihn der Night's King, und dann ist, beginnt der Shit. Also natürlich kommt da nochmal Schnitt, die andere Szene kommen da erst später. Aber der Threadraven meint dann auch zu Bran, ja, jetzt bist du gemarkt, jetzt wissen sie, wo wir sind, jetzt werden sie kommen. Shit. Und dann packen sie alles zusammen, wollen ganz schnell weg. Und, ähm, ja, der Threadraven will ihm noch so schnell wie möglich ganz viel beibringen. Und sie gehen nochmal ins Flashback und überhaupt. Und, äh, hab ich jetzt irgendwas vergessen? Ähm, nein. Genau. Und, ach so, der White, die White Walker, ne, da die von Children of the Forest, das wollte ich noch sagen, quasi erschaffen wurden, haben ja auch vor allem so ähnliche Kräfte, dass sie wie ein Green Seer hat. Weil die Kräfte ja alle von den, von der Magie der Children of the Forest her rühren, irgendwie. Deswegen kann er ihn auch im Flashback berühren. So. Ungefähr ist da die Herleitung, wer sich vielleicht wundert. Ähm, genau. Und dann fängt der Shit an. Sie packen zusammen. Bran und der Threadraven sind auch in dem Flashback wieder in Winterfell. Und, äh, ja, Mirror Reed beim zusammenpacken gehört dann schon Shit. Geht raus. Fuck. Wild Walker sind da mit einer Army von Whites. Dann gibt's, dann kommt Action, Action, Action. Wir sehen nochmal, oh Gott, den Vater von Ned in dem Flashback in Winterfell. Ähm, der übrigens echt gut gecastet war. Ich hab mir gedacht, wow. Wow, der sieht, der, der könnte wirklich der Vater von, ähm, von Sean Bean sein. So, wenn man diese Timeline so irgendwie, weil, das Pass hat echt gut gepasst. Fand ich zumindest jetzt. Aber egal. Ähm, genau. Und der, der schickt Ned gerade in die Riverlands und so. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Auf jeden Fall, ja, irgendwann muss er auch, äh, äh, Catelyn getroffen haben und so weiter. Ich weiß es nicht mehr genau. So. Auf jeden Fall, dann geht der Shit ab, weil die Wild Walker invaden. Die Children of the Frost werfen noch ihre coolen Feuerbälle, Granaten, whatever. Und das sieht halt schon echt nice aus. Und dann machen sie noch so einen Feuerring zur Defense quasi um den Höhleneingang herum. Der, die Höhle, die unter Weirwood ist. Ähm, die normalen White Walk, äh, die normalen Whites können da nicht vorbei. Aber die Wild Walker gehen halt einfach badass da durch. Und das Feuer weicht ihrer Kälte. Und dann gehen sie rein. Und, äh, ja, die Whites klettern quasi auf die Höhle. Und das ist wieder eine echt coole Szene. Und dann droppen sie schon langsam rein. Und Mirror versucht verzweifelt, Bran aufzuwecken. Und überhaupt, Shit geht ab. Und dann kriegen wir die Origin von Hodor. Was einfach so, es war einfach ein echt cooler Moment. Und ein cooles Payoff für das erste Flashback, weiß der, glaube ich, sogar. Was wir da in Winterfell in der zweiten Folge, glaube ich, gesehen haben. Oder in der ersten? Nein, ich glaube, in einer der ersten beiden Folgen. Ähm, ja. Hodor kommt da sprechen. Und so haben wir erfahren, dass es im Endeffekt Brans verschulden ist, dass Hodor Hodor geworden ist. Weil, ähm, so. Bran hat sich, während er im Flashback war, hat er Mirror noch gehört und hat sich, er ist auch noch ein Walk, äh, ein Walk, äh, wie nennt man? Ja, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Es ist, äh, ähm, auf jeden Fall walkt er sich in Hodor rein. Aber quasi aus dem Flashback heraus. Aber er ist auch im Adult, also im Erwachsenen Hodor, der ja in Hier und Jetzt quasi dann ist. Und, ja. Dann schleppt der Bran raus. Irgendwie. Dann opfert sich da noch ein Children of the Forest. Und es ist alles ganz krass und dramatisch. Und die kommen da gerade so raus. Dann müssen die Tür öffnen. So. Und dann, ähm, schließt Hodor die Tür hinter ihm ganz viele Whites, die da irgendwie rausgespant werden. Und, äh, er versucht irgendwie die Tür zu halten, während und Mirror mit Bran abhaut. Und Mirror schreit die ganze Zeit, hold the door, hold the door. Und dann sind wir wieder im Flashback und der Hodor, oder Willem, Willis, glaube ich, heißt er, hieß er noch, ähm, der schreit die ganze Zeit, hold the door und kriegt so ein, quasi so ein Anfall, wenn man es so nennen will. Ähm, weil das mit den Zeitachsen alles übereinander und Bran ja auch in ihn irgendwie reingeworkt ist, aber sein Gehirn ist nicht, oh, das ist alles ganz weird und er schreit nur, hold the door, hold the door und dann, hold the door, hold door. Ja? Und das ist halt dann halt die Origin von Hodor. Und Hodor geht dann aber auch drauf und vorher ist noch, äh, als die noch drin waren, hat sich auch noch, äh, sein Direwolf Summer, also der von Bran geopfert, was ich sehr schade fand. Ich meine, es sollen doch nicht alle, immer alle Wölfe sterben. Ich, keine Ahnung, es gibt ja die Theorie, dass der Wolf von Rickon ja auch noch lebt, weil viele meinen, der Kopf war viel zu klein für einen Direwolf. Das ist nur Fake und bla. Und ja, wir haben, aber wen wir auf jeden Fall ja noch haben, ist Ghost, also Johns Direwolf. Ich hoffe sehr, dass, dass der dann auf, äh, Ramsey gehetzt wird, so wenn er so da schon quasi tot liegt, dann aber nochmal der Direwolf fertig macht, weil er schickt ja immer seine Hunde auf alle irgendwie. Egal. Ähm, und wir haben noch eine Mirir, heißt sie ja, glaube ich, ähm, den Direwolf von Aria. Und das Super Pack, ja, die hat sich wohl normale Wölfe hinter sich irgendwie, weil die rennt ja irgendwo durch die Riverlands, wo der in Season 1 ist ja geflohen. Ähm, ob wir die nochmal sehen, keine Ahnung. Aber das Super Pack gibt es wohl, so heißt das, ähm, sie hat einfach normale Wölfe quasi, die ihr folgen. Dann rennen die da als riesen Wolfsrudel rum und machen irgendwas, keine Ahnung, Chaos. Oder so. Ähm, ja. Das war so die Folge. Ähm, ich finde es ziemlich krass. Bran ist jetzt unterwegs. Ich frage mich, wie das mit Flashbacks weitergeht, weil jetzt hat er ja nicht mehr, genau, weil der Street at Raven wurde vom Night's King erschlagen. Ähm, ich frage mich jetzt, wie das jetzt weitergeht mit den Flashbacks, weil er, das, wir brauchen ja noch das Tower of Joy Payoff. Also wenn die das weglassen, wäre ja ziemlich doof. Ähm, und generell noch so einige Sachen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wie das so aussehen wird. Ähm, ja. Aber ziemlich lang heute. Ich dachte eigentlich, ich wäre kürzer heute dabei. Anscheinend, aber nicht. Ähm, knappe halbe Stunde. Naja, he, he. War aber auch krass hier, das mit Bran und so mal wieder. Generell, wir haben jetzt Mid-Season und so langsam merkt man, also das, was aus den Trailern bekannt ist, wird jetzt alles so langsam gepayofft. Man, und generell auch was in Flashbacks angeteast wurde. Jetzt wurde ja schon das Hodor Ding gepayofft. Ich denke, vielleicht so in der siebten Folge kriegen wir Tower of Joy oder achte Folge. Ich bin auch gespannt. Achte, neunte Folge werden wir, denke ich, dann das Battle of Winterfell schon haben. Oder neunte, zehnte. Je nachdem. Ähm, das wird ja dieses, wird diese Season ja die große Schlacht einfach. Äh, ich bin gespannt, wie, was mit dem White Walker noch passiert, ob sie noch an die Wall kommen. Weil wir haben erfahren, dass wir nur noch, dass wir acht Seasons haben zwar, aber Season 7 und Season 8 jeweils weniger Folgen haben werden als zehn. Und deswegen passiert aktuell, glaube ich, auch so viel. Sie haben die Sachen echt eine neue Geschwindigkeit verliehen. Es passiert eins nach dem anderen. Ähm, allein das jetzt wieder mit den Flashbacks mit Bran. Diese Folge war echt krass. Äh, letzte Folge hatten wir, ähm, ja, sehr unburned. Daenerys hat jetzt mal eben direkt diese Stracke wieder hinter sich. Früher wäre das halt eine ganze Season gewesen. So. Und jetzt geht's richtig schnell alles ab, was ich auch gut finde, weil wir sind schon in Season 6. So. Ich meine, früher, es ist gut, dass sich halt früher Zeit genommen würde. Aber jetzt können sie halt auch, weil sie sich früher viel Zeit genommen haben für alles, äh, schneller sein. Also schneller voranschreiten in den, in der Geschichte und mehr machen. Weil jetzt so langsam sich alles schon so ein bisschen aligned. Man, man merkt's langsam. Ja, man merkt's langsam. Aber ich bin sehr gespannt. Ähm, ja. Genau. Soviel dazu. Was sind eure Predictions? Wie fandet ihr die Storylines? Wie fandet ihr das mit Bran? Das Hodor Payoff? Hodor's Origin? Wie fandet ihr die Origin der White Walker? Ähm, ja. Ich habe auch gehört, dass das wohl noch weiter geht als alles, was man bisher in den Büchern gelesen hat. Wings of Winter. Das neue Buch kommt ja wohl Ende des Jahres erst raus. Und, äh, ja. Bücher und Serie werden sich jetzt immer mehr unterscheiden. Das Ende wird wohl ähnlich sein. Ähm, aber wie dahin gekommen wird, wie alle Charaktere sich dahin bewegen, wird wohl sehr anders sein. Ab Season 6 halt. Ähm, ja. Aber wir werden sehen. Ähm, ja. Schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren. Bewertet das Video und sonst haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau so. Tschau so. Tschau so. Tschau so. Tschau so. Vielen Dank.